Jetzt kommt ein sehr ungewöhnliches Spiel, ein Spiel, was über 400 Tage lang geht. Und man darf jeden Tag, kann man mal reingucken, aber es sind 400 Tage Echtzeit. Jetzt kommt The Longing, ein sehr interessantes, originelles Spiel, das wir mal angucken, hier bei Let's Play. Und im Grunde hab ich euch auch schon alles gesagt, was ich über das Spiel weiß. Ich weiß, es ist ein sehr sympathisch gezeichnetes, zweidimensionales ... Ich glaube, es ist einfach nur ein Walking Simulator oder ein Adventure vielleicht. Aber eben das Besondere ist daran, dass man als Wesen in einer Höhle auf seinen Herren wartet. Und der kommt aber erst in 400 Tagen. Und das Besondere ist eben, dass man 400 Tage in Echtzeit in diesem Spiel verbringen kann. Ich weiß natürlich nicht, ob er am Ende kommt. Ich weiß nahezu überhaupt nichts. Ich weiß nur, dass es viele Varianten gibt, wie man mit diesem Spiel, sag ich mal, umgeht, wie man sich im Spiel bewegt und wo auch man hingeht. Und es ist ein sehr langsames Spiel. Ich glaube, dass es ein Spiel ist, was euren Geduldsfaden überstrapazieren wird. Aber ich bin ja zum Glück bekannt für meine eiserne Geduld. Deswegen werd ich euch damit durchziehen. Hier haben wir das Intro, beziehungsweise das Hauptbild. Hauptbild, ich werde direkt starten. Hier oben seht ihr auch schon den Countdown der 400 Tage. Und damit starte ich jetzt. Das Besondere ist auch, ihr könnt auch theoretisch einfach nix machen. Ihr könnt das Spiel starten und nach dem ersten Tag erst in 400 Tagen wieder reingucken. Aber dann werdet ihr ein anderes Ende erleben, als wenn ihr die Geschicke dieses Kleinwesens regelmäßig begleitet. Schüsst! Schüsst! gut ich mag natürlich all diese menschen habe ich sehr lieb weil sie dieses spiel gemacht haben aber ich versuche trotzdem mal abzubrechen okay es geht nicht dann muss man halt warten verdammt ich wusste doch dass es meine geduld auf die probe stellt dann ich freue mich natürlich vor allen dingen dass es deutsche entwickler sind das muss war mir gar nicht bekannt aber ich hatte schon mehrere von verschiedenen ländern also bundesländern geförderte spiele hier und die waren immer überraschend gut das ist auch noch interessant man kann die höhle nämlich verlassen man kann sie verlassen ich weiß nur auch nicht was dann passiert das ganz interessant passt natürlich wunderbar wie alles im moment zu corona könnt ihr euch für 400 tage lang zu hause einbunkern und habt immer was zu spielen das ist also mein zuhause ein schöner tag um die nächsten 400 tage abzuwarten vielleicht vielleicht auch nicht ist nicht unbedingt das ja nicht mal das ja nur zwei drei bücher bücher drin das reicht das ist ja ein buch pro 100 tage ja und jetzt guckt euch mal an die lahm der typ läuft kann es doch keinem erzählen jetzt machen wir erstmal sachen eine wohltat den müden körper auf einen bequemen sessel zu riefen jetzt kann ich zwei sachen machen sitzen und starren oder ein buch lesen ich starre und dann starren wir jetzt einfach mal gemeinsam ein klein wenig gucken auf die uhr wieviel haben wir denn schon ach scheiße immer noch 399 tage und 23 stunden 8 50 minuten und 56 sekunden das ist aber auch anstrengend man wann hat er gesagt kommt er zurück ne 400 tage waren das das mache ich denn jetzt hier die ganze zeit wie wie spät ist es denn 399 tage 33 stunden 51 minuten und 44 sekunden das dauert ja ewig das kommt mir vor wie in beetlejuice die ewig lange warteliste ne er kriegt doch er kriegt am ende doch diese liste die ist irgendwie äh 350 milliarden tonne und du gehst die ganze zeit weiter so ähnlich fühle ich mich gerade man könnte aber auch einfach alles hier ne erstmal erforschen wollt ihr das ich nehme an ihr wollt das ich ich mach's mal aber vorher würde ich sagen probieren wir noch mal ein buch zu lesen bevor wir hier noch mal uns noch mal hinsetzen müssen jetzt gleich das will ja keiner ne willst du nicht hüpf der könig ermahnte mich diese höhen nie zu verlassen ich frage mich was genau er damit meint so und hier habe ich jetzt auch verschiedene rechtlich unbedenkliche bücher die ihr euch tatsächlich durchlesen können die ganzen bücher moby dick und so sind im spiel enthalten weil die nämlich auch rechtefrei sind mittlerweile ist public domain der könig befahl mir 400 tage zu warten dann soll ich ihn aufwecken und er wird daraufhin alle furcht und sehnsucht beenden ich frage mich was genau passieren wird hoffentlich spielen die alle leute auch so lange sie haben den käse schließlich gekauft immerhin ist mein geburtstag noch etwas früher ja das ist natürlich interessant man egal wer das spiel spielt man wird bestätigen können dass sein geburtstag auf jeden fall innerhalb dieser 400 tage stattfinden wird ich musste ihn allerdings nicht angeben warte mal kann ich den lesen lassen was heißt das hier er liest ja nicht ne ähm so was noch der könig ermahnte mich diese höhlen nie zu verlassen ich frage mich was genau er damit meinte hallo so nicht wenn du nicht vorliest dann halt nicht ich würde gerne die höhlen etwas erkunden aber ich spüre die anwesenheit einer tiefen dunkelheit die irgendwo lauert wo ist diese dunkelheit werde ich sie je überwinden ich könnte eine karte des königreiches gut gebrauchen angeblich ist die höhle voller geheimer orte ich frage mich wann ich die gesamte höhle erkundet haben werde bis jetzt habe ich ja noch gar nichts gesehen irgendwo im königreich befindet sich angeblich eine geheime bibliothek ich hoffe ich kann sie finden ich könnte gut und gerne noch ein paar bücher gebrauchen ich muss definitiv mehr lesen mein traum wäre es ein buch zu finden das niemals endet ich habe von den hallen der ewigkeit gelesen wo die zeit still stehen soll da ich während des gesamten wartens zwischendrin etwas freizeit habe könnte ich versuchen davon gebraucht zu machen immerhin vergeht die zeit schneller wenn man sich zu beschäftigen vermag mein heim ist noch nicht komfortabel genug für diese lange wartezeit er wünscht sich unter anderem mehr farben eine spitzhacke und ein bett fließendes wasser aber es gibt ja auch noch nichts zu essen pilze soll er sich anpflanzen und so geht es weiter einen freund hätte er natürlich auch sehr gerne also das ist schon ganz interessant dass man so ein bisschen die gedanken des kleinen wesens des schattens wie es genannt wird mitbekommt hier diese uhr sanduhr prüfen soweit so wenig überraschend der cursor ist auch sehr ungewöhnlich das ist doch kein cursor hinsetzen und lesen noch was zu lesen naja es ist wie gesagt ein spiel in dem nicht viel passieren wird sozusagen ich werde alle vier teile dieses instruments finden müssen bevor ich in den genuss des musizierens komme ich habe ein instrumententeil aber das ist doch schon mal ganz gut das ist eins hat er hier ist doch malen oder hier war doch malen da ach das ist ja nice da kann ich jetzt einfach freund vater hülle hand das ist alles was er kennt laus haus maus laus spinne natürlich nehme ich die spinne in rot schön die gefährliche spinnenfarbe ach er hat die farbe nicht naja gut irgendwann kriege ich sie da hat er gar nichts was ist das hier und das hier okay nichts ja das kann halt auch mal ein bisschen dauern der malt das jetzt halt was habt ihr denn erwartet dicke fette action granaten werfen nee 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 hier wird auch mal schön besonnen gezeichnet mein freund die spinne ich bin versucht das jetzt einfach unkommentiert mal so stehen zu lassen für 10 minuten aber ich glaube so lange braucht er gar nicht er kommt schon ein bisschen früher zum ende das ist schon geil so kann man so kann man die spielzeit auch verlängern garantierte 400 tage gameplay machen sie dinge die sie noch nie gemacht haben malen sie ein bild lesen sie ein buch musizieren sie laufen sie von links nach rechts die zeit vergeht schneller in gesellschaft großer kunst das hier verdient einen besonderen platz an meiner wand ja das ist aber auch ganz schön finde ich ich könnte jetzt noch eins malen aber irgendwie fühle ich mich gerade nicht so erst wenn ich eine andere farbe hätte dann vielleicht okay jetzt habe ich hier ein loch ich hoffe dass dieses loch jetzt nicht direkt nach außen führt oder so weil er eben noch gesagt hat er sollte nicht rausgehen das sieht auch nicht so aus das sieht eher so aus als würde es würde er doch schlafen vielleicht ist das dein bett ah eine feuerstelle wahrscheinlich habe ich aber nichts um feuer zu machen könnte ab und zu etwas wärmer vertragen will ich ein blaues feuer ein stinkendes feuer oder ein normales feuer ist egal ich habe eh null kohle das erinnert mich zu sehr an die realität da gehe ich raus ich spiele spiele für den eskapismus und nicht um mich an spinnen und schlechte Gehaltsstrukturen zu erinnern und ich muss sagen ich habe wirklich ich habe dieses Spiel gesehen ich wusste direkt die Community wird es hassen weil es so unfassbar langatmig ist aber ich habe ihn gesehen dieses kleine schwarze Wesen was da einfach nur wartet das ist einfach seine Aufgabe der kann es auch nicht ändern und mit diesen gelben Augen ich fand den irgendwie total sympathisch ich denke der König wird mir erlauben sein großes Reich zu erkunden aber ich merke mir besser den Rückweg kann ich den König jetzt aufwecken die 400 Tage haben gerade erst begonnen du Vollidiot der König schläft noch ich muss in seinen Höhlenreich verweilen und ihn wecken sobald die Zeit gekommen ist da frage ich mich auch zum einen wenn ich das ganze wenn ich die Höhle verlasse kann ich dann wieder zurückkommen und wenn ich zurückkomme kann ich ihn dann noch wecken was genau passiert stellt euch mal vor ihr habt 400 Tage lang habt ihr dieses Spiel gespielt oder halt auch nur jeden hundertsten Tag einmal und nach 400 Tagen merkt ihr dann auch fuck ich kann den gar nicht wecken und ich wette dass man das auch nur einmal spielen kann das würde ganz gut passen finde ich ich mag diese Treppen na wenigstens einer Schatten wenigstens einer ja man macht sich da natürlich jetzt auch ein extra Spaß da raus das Spiel extra langsam ablaufen zu lassen ich meine der könnte jetzt auch schneller da hochkommen aber was soll's denn wir haben doch die Zeit man kann auch mal ein bisschen langsamer alles machen es muss nicht immer ruckzuck gehen bist du schon im nächsten Bild oder warte ich noch da na geil noch ne Treppe ich glaube man kann hier in diese Höhle vielleicht rein ich guck mal ich mag das Konzept sehr ich finde Spiele die mit warum bin ich nur hier hingegangen ja weil ich's dir sage ich mag Spiele die mit Echtzeit arbeiten auch wenn's natürlich ne pain in the ass ist und man eigentlich heutzutage sich wundern muss wer auf die Idee kommen kann ähm weil es natürlich entgegen aller gelernten Strukturen ist wie heute Spiele gemacht werden und vor allen Dingen wie man auch ne gewisse Aufmerksamkeitsspanne aufrecht erhält das ist nicht umsonst so dass jedes Spiel alle 10 Tage irgendwas Neues bieten muss ich seh ja dort etwas auf dem Boden liegen ja dann nimm dir das wahrscheinlich ein Stück Kohle aber ich hab ja andererseits auch schon die Farbe schwarz ein kleiner Brocken Kohle ich werde dich sicher verwahren kleiner Bruder er hat sowas freundliches bin mir auch nicht ganz sicher ob er ist es seine eigenes ist er seine eigene individuelle Entität oder ist er mehr oder weniger wirklich nur der Schatten seiner selbst der Schatten des Königs eine Art erinnert mich ja auch ein bisschen an die ich hab vergessen wie die wie die Rasse heißt in Harry Potter natürlich ihr wisst welche ich meine die kleinen die immer versklavt werden die Tür hat sich lange nicht geöffnet es könnte eine Weile dauern das ist ja interessant ob jetzt diese Tür vielleicht erst zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgeht das alleine muss man sich mal vorstellen das wäre ja auch möglich ne ach sie geht schon auf ich dachte das Geräusch ist der Hintergrund der Höhle aber nein die Tür öffnet sich in atemberaubend langsamer fast schon schneckenartiger ach was sag ich regenwurmartiger Geschwindigkeit und damit meine ich einen Regenwurm mit Rheuma Kurzatmigkeit und wahrscheinlich auch ein Wurm der längst am Haken hängt irgendwo wundervoll so sehen Kolibris die Welt wir gehen da durch das hier ist ein guter Ort um einsam zu sein ich merke mir besser den Weg jetzt wird's schon sehr interessant hier runter geht's in meine Hütte links oben und rechts das ist ja wie beim Larry Adventure sind Türen die mich wahrscheinlich nicht nur wahrscheinlich sondern höchst wahrscheinlich in andere Räume bringen und ich nehme an alles ist sehr verwinkelt und verwirrt und man wird tagelang brauchen um wieder zurückzukommen wenn man sich erst mal verlaufen hat aber so weit sind wir noch lange nicht noch ist es klar und strukturiert drei Räume mal gucken was hinter dem linken ist fangen wir da erstmal an und arbeiten uns vor und was mir sehr gut gefällt ich bin aber gleich auch ein bisschen ruhig ist so ein bisschen die Melodie dahinter die Musik das Ganze ich finde das hat was sehr magisches nenne ich es einfach mal ein kleiner Brocken Kohle ein gefallener Bruder geht zurück nach Hause könnte ja auch sein hier ist noch mehr kann man das auch wieder nehmen ja kann man alles scheinbar nehmen ja komm nimm wer weiß wie viel Kohle ich brauche irgendwann es erinnert mich ein bisschen an die Kohle Wesen in den Studio Ghibli Filmen ich weiß aber gerade nicht genau ist es Shihiros Reise ich glaube ja okay die Kohle habe ich eingesammelt hier ist noch mehr es ist schon so ein bisschen man will dann irgendwie die Kohle einsammeln aber die fällt wahrscheinlich endlos vom Himmel auch die einzige Kohle die vom Himmel fällt so nach links und ja diese Kohle Wesen die auch nur aus kleinen gruseligen Strichen oder weniger mich an Staubflusen erinnern ah jetzt ist die Kohle weg na gut ich habe ja auch genug drei Stück reichen mal gucken ob ich es überhaupt schaffe nochmal die anderen zwei Türen aus der Haupthalle mir anzugucken wenn ich sehe wie lange das hier dauert ich gehe kurz bevor ich hoch gehe weil das so lange dauert weil ja auch wieder drei Türen sind gehe ich jetzt erst nochmal hier links lang Moment ist das hier etwa kann ich da nicht durch ist das quasi eine Fake Tür wo sind wir hier bei Wiley Coyote oder was na gut scheinbar das ist ja interessant habe ich jetzt nicht mit gerechnet dass diese Tür nicht geht das lässt ja hoffen dass nicht jede Tür begehbar ist andererseits mit so vielen Tagen 400 Tagen da kann ich mir schon gut vorstellen dass man da easy alles durchkriegt was man was das Spiel bietet an Größe ich suche noch etwas in diesen Höhlen ich bin nur nicht sicher wonach ja auf jeden Fall Feuer und Feuerholz und neue Bücher und diese Bibliothek und noch ein bisschen mehr farbige Kohle für ein paar Bilder du kannst du kannst doch nicht die ganze Zeit einfach nur in deinem in deinem Sofa irgendwie sitzen guck mal shit im bisschen wirklich schon mit 20 Minuten sind wir schon durch das ist echt kaum zu glauben die Zeit vergeht oh hier liegt was das kann ich aber noch nicht wie höll ich ist warm und schön ich hätte schon gerne für ihn einen Freund also ich kann mir gut vorstellen dass wenn man ein zwei Freunde findet irgendjemand ein Tier irgendwas was ihnen so ein bisschen Gesellschaft leistet dass man sich dann auch besser fühlt ihn in Ruhe zu lassen für ein paar Tage oder auch für 400 weil er ja wenigstens einen Freund hat was nein ups was ist geschehen da hier erst nochmal aufheben ein Stück Lehm jetzt habe ich etwas rote Farbe für meine Bilder und ich finde doch die Art wie er läuft irgendwie irgendwie hat das was total süßes das ist vielleicht das Kindchenschema der großen Augen und diese traurige Nase und dann noch die Glatze Menschen jungen Menschen mit Glatze kann ich ohnehin nichts abschlagen nur komm wir bewegen uns jetzt nach links wir suchen dir irgendwas nices diese tür sollte zur bibliothek führen aber sie ist auf der anderen seite blockiert ich werde dieses ereignis der liste meiner enttäuschung hinzufügen jetzt habe ich eine enttäuschung du hast noch einiges vor dir geh erstmal in die schule studiere und dann hab deinen ersten arbeitstag viel spaß der weiß ja gar nicht wie gut es ihm geht dass er keine menschen um sich rum hat oh ich sehe oben die buttons die können ich mal aus was ist das ton weg musik weg das alles nicht gut licht an ich mache das licht an ich finde es ein bisschen dunkler für euch vielleicht wie ist das eigentlich ist es dunkel genug soll ich vielleicht kann auch noch heller alles gut okay sieht von hier aus ein bisschen dunkel aus okay was ist so viel sachen alter was ist das hier alles ort merken an zufälligen ort laufen merken krass wenn ich dahin klicke geht er quasi nach hause und hier wenn ich jetzt das ja interessant läuft sogar von alleine sollte öfter mit mir reden nein nein du sollst genau ah das ist dann der ort ja ja jetzt habe ich verstanden oder man kann sich diese orte eben vormerken und dann läuft er da auch automatisch hin das finde ich ja schon ganz interessant er ist gerade auch in die Richtung gelaufen ich könnte mir vorstellen dass ich irgendwie hier wieder in Richtung nach hause komme aber ich will nur kurz mal durch gucken ah seht ihr das ist nämlich dann der ausgang ah ja interessant ich wünschte natürlich dass ich in der Zeit wir haben natürlich sehr wenig Zeit jetzt und das wird dem Spiel natürlich in keiner Weise gerecht aber ich hoffe dass man noch irgendwas vielleicht ein anderes Stück Kohle irgendwas was dem Ganzen jetzt nochmal so richtig die Krone aufsetzt gucken wir mal genau da war die Info dass Chiara jetzt gerade Elder Scrolls 5 spielt warum eigentlich das hat doch schon jeder mittlerweile gespielt das hab ich auf meiner Küchenabzugshaube kann ich Skyrim spielen so und wieder was aufgehoben das ist jetzt ein weißer Stein oder ein besonderer Feuerstein mit zweien kann ich zu Hause ein Feuer entfachen ah das ist schön man macht es sich also schön muckerlich warm mit Holz mit den Feuersteinen in seinem Sessel dann holt man aus der Bibliothek noch ein paar gute Bücher macht seine sein Privatregal voll das sieht aus wie der Eingang zu einem dunklen und einsamen Ort genau das was ich brauche ich würde sagen dunkel und einsam ist es hier wirklich schon genug aber das gute ist ja also wie ich gerade merke weil ich meinem Gehirn das was ich bisher erlebt habe zusammensetze ich kann ja wenn ich über diese Elemente hier ohnehin wieder zurückkomme kann ich mich ja eigentlich nicht wirklich verlaufen aber tatsächlich etwas in mir würde schon am liebsten gleich nach oben um mal zu gucken was ist denn da oben aber dann wären wir eine halbe Stunde lang Treppen gestiegen das bringt nichts da haben wir alle nichts von aber wenn es euch gefällt wenn es euch richtig gut gefällt können wir ja in 100 Tagen oder so nochmal reingucken was er so macht obwohl ich gerne eigentlich ihm so ein Feuer gemacht hätte schon das wäre also wenn ich zu Hause spielen würde als und und dieses platschen von den von den unbeschuten Füßen auf dem kalten Höhlengestein das ist schon das ist wirklich richtig traurig der tut mir richtig leid obwohl ihm selbst das gar nicht so wichtig ist scheinbar geht hier einfach na gut ist ja eigentlich wie Kneipp eigentlich so richtig schön gut für die Waden gut für den Kreislauf mysteriös links rechts oh man ich weiß es nicht und es hört auch einfach nicht auf ich möchte gar nicht wissen wie tief und wie hoch ist alles noch irgendwie wie tief und hoch verzweigt hier alles ist in alle Richtungen ich frage mich natürlich schon was genau ich mit der Kohle anstellen soll wahrscheinlich ist die Kohle dazu gedacht um sie als Feuer eben zu benutzen in der Feuerstelle aber eigentlich braucht man doch auch ein bisschen Holz wäre doch nicht schlecht dafür aber hier in der Höhle ob man da sowas findet oh ich höre das Geräusch fließenden Wassers kann ich den schieben oh man man weiß ja nie was passiert wenn man sowas macht aber in diesem Fall muss ich auch permanent gedrückt halten sonst schiebt er nur ganz kurz ich frage mich wo das Wasser wohl hinfließt da kann ich wahrscheinlich nicht weiter kann ich das Wasser vielleicht kann ich was trinken vielleicht muss er auch nicht hier werde ich noch mal reingehen jetzt wir haben ja echt es ist so lustig weil wirklich die Zeit vergeht wie im Flug dadurch dass alles so langatmisch ist und man das Gefühl hat man macht ja irgendwie nichts richtiges bisher habe ich auch nicht das Gefühl als ob die Zeit schnell vergeht aber sie ist jetzt bald schon wieder vorbei die halbe Stunde die ich uns gegeben habe mit diesem ungewöhnlichen Spiel oh das ist doch cool da kann ich noch eine Sache machen was auch immer das ist ist das ein Kristall der da hängt oder ist das eventuell ein Hebel Haken meine Nase ist noch nicht spitz genug um diesen Kristall abzuernten vielleicht kann ich irgendwo eine gute Spitzhacke finden ach so also hier ist ein Kristall mit dem kann ich was machen ich verstehe und mit meiner Nase kann ich wohl entweder abhaken oder ich muss sie schärfen oder ich muss eine Hacke finden also irgendwas Spitzes ne interessant dann gucken wir haben noch eine minute ja komm einen raum schaffen wir noch der hier noch mal einmal durch und dann noch mal durch das nächste es ist schon so man will ja irgendwie wissen was vielleicht noch kommt man hat bei jedem hier ist glaube ich auch Kohle oder ja man hat irgendwie so dieses noch eins noch ein Raum Gefühl so warte mal hier gehen wir auch nochmal lang nur einmal ganz kurz Regie und schon wieder Kohle auf dem Weg Kohlen pflaster in seinen Weg Okay so die letzte Tür die letzte Entscheidung Regie wollt ihr links oder rechts wo wollt ihr hin links Okay links Oh okay das ist natürlich ein großes Problem da kommen wir nämlich einfach nicht runter ne doch macht er das komme ich ja nie wieder hoch ah er kann klettern okay man hat bei allem direkt angst das ist das ende ist für unseren kleinen schwarzen kollegen okay ich weiß ich weiß ich weiß eins noch nur noch den einen raum nur noch einen raum da muss doch was spannendes sein und es ist ein weiterer raum kurz die treppe noch hoch es ist es hat einen gewissen suchtfaktor ich muss schon gestehen es hat was wir holen dich dann in 400 Tagen wieder ab ja holt mich aber lasst mich hier im kinderland äh ach komm ja weitere türen türen ihr seid aber auch mir ich sage okay eine tür noch das ist aber wenn jetzt kein spannendes ding kommt dann höre ich aber auf du du scheiß kerl okay jetzt gebe ich ihm die aufgabe wieder zurück in die bude zu laufen just because ähm und ja kann jetzt auch gar nicht mehr viel sagen es ist ein interessantes spiel ob es wirklich ein spiel ist wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln ich kann euch auf jeden fall äh von meiner erfahrung jetzt sagen dass es irgendwie sympathisch ist es hat irgendwie was ich kann noch nicht genau sagen was aber allein diese echtzeit mit den 400 tagen ist doch für leute die sage ich mal jetzt nicht unbedingt das nächst das nächstbeste Call of Duty spielen wollen ist das finde ich ein sehr interessanter Ansatz einfach mal was anderes in diesem Sinne könnt ihr euch das gerne angucken The Longing ein originelles spiel mit echtzeit ansatz das mir gefällt aber ich könnte jetzt auch nicht sagen ob es also wie es weitergeht was ihr dazu erwarten habt ich weiß es ja nicht ich glaube das ist ja auch teil des spiels diese mystery box diese idee dass man nicht genau weiß was passiert und die größte frage wird die erst am ende beantwortet was ist der mit dem könig was soll das denn jetzt kommt der kommt der nicht ist der mag der mich bin ich jetzt vielleicht das alles werden wir in 400 tagen erfahren also dann irgendwann im mai juni 2021 da sind wir endlich mal aktuell bei rocket beans also freut euch auf diesen tag oder holt euch das spiel und spielt schon mal vor ne könnt ihr gar nicht ich bin der erste der ist jetzt hier spielt mit euch egal was passiert ich bin vor euch in diesem sinne danke an die entwickler es ist ein interessantes konzept ich werde häufiger ich werde definitiv da noch reingucken das kann ich euch garantieren ob ich das on air mache weiß ich nicht müssen mal gucken ob ihr da noch mehr von sehen wollt oder ob es vielleicht alles selbst erlaufen wollt bei diesem walking simulator ich